Oh Leute, ihr seid schon da. Heute gehen wir zum Bäcker. Ja. Und ich zeige euch meine Routine und so einen Kack. Also was man als erstes tun würde, man putzt sich am Morgen die Zähne. Ich putze mir am Morgen nicht die Zähne. Okay, danach geht man nochmal frisch duschen. Richtig, ich gehe morgens nicht duschen. Danach kennt man sich die Haare. Kenne ich mir auch nicht. Und dann gehe ich zum Bäcker. Manchmal. Also. Lass uns zum Bäcker gehen. So Leute. Hier sind wir jetzt. Ähm, beim Bäcker. Nein, Spaß. Wir sind noch auf dem Weg zum Bäcker. Aber... Hier draußen ist die Qualität hier auch super, ne? Man hört hier ganz viel. Oh Gott. Hier ist es verdammt laut. Deswegen hört man fast gar nichts auf der Kamera. Also Leute, ich muss etwas laut reden. Und das ist etwas peinlich. Also... Ähm... Der Weg zum Bäcker ist nicht so weit. Dadurch werden wir so in einer Minute da sein. Ja, und hier seht ihr schon unsere wunderschönen Füße, ne? Ja. Es bringt da auf jeden Fall sehr viel, dass ihr das seht. Okay. Hier ist es etwas... Ich dachte, es würde leiser werden. Ja. Okay, Papa. Ähm... Ja. Wir sind gleich da. Wir sind gleich da. Noch ein bisschen laufen und dann... sind wir da. Okay. Also... Okay, Leute. Wir stehen jetzt vor der Ampel. Hallo. Ich will keine anderen Leute filmen, weil ich zu faul bin. nur noch zu faul sind. Deswegen filmen ich einfach meine wunderschönen Füße. Hier kann ich doch noch oben machen. Oh... Ich bin doch nicht... So. Oh... Oh... Hehehehe... Hehehehe... Hehehehe.. Hehehehe... Hehehehe... Hehehe... 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 Warte? Es ist vielleicht etwas komisch für euch, aber jetzt werde ich ein bisschen rennen. Also joggen, nicht so rennen. Hier, ich jogge ein bisschen. Ist gut, denn ich muss gerade etwas abnehmen und ich esse auch gleich was. Also Leute, wir sehen uns beim Bäcker. D'accord. D'accord. Ich fache das Kaffee. Ich fache das Kaffee. Ich fache das Kaffee. Kohle und Zitrone schmecke ich daraus. Die anderen waren leckerer, aber egal. Wahrscheinlich gab es deswegen nur noch die, weil jeder die Scheiße fand. Und alle anderen die geizten waren. Ja, koffeinfrei. Was denkt man denn bei einem Kindergetränk? Ich auch. Ja, aber das ist ja auch für ganz junge Kinder so. Wenn Kinder nicht mehr die ganze Zeit Milch trinken, dann können sie ja schon sowas trinken. Köstlich. Okay Leute, wir sehen uns gleich. Ja, wir sehen uns gleich. Ja, wir sehen uns gleich. Das war's für heute. Ich bin jetzt hier. Jetzt sind wir, jetzt gehen wir wieder nach Hause, also machen wir die Dinge, die wir normalerweise machen und Leute, Part 2 kommt vielleicht irgendwann raus, vielleicht gehe ich irgendwann wieder zum Wecker. Also tschüss.